Atene, das ist ja nicht gefallen. Die passen nicht mehr auf den Sofa heute, kommen sie nicht mehr vor, zieh den zurück, zieh den zurück, weg ist er. Die Hunde fühlen sich wohl. Hier ist sie nochmal richtig schön in der Wohnung, ja und jetzt kommst du nochmal richtig rein. Oh mein Schatzi. So, du musst das Sofa hochheben. Komm, leg Hand an. Ja, wenn ein richtiger Hund werden will, der muss kämpfen. Und wer hat dazu gekämpft? Wer bist du? Der Alasker, der Alasker ist noch frei, ne. Ja, da hast du gekämpft. Jetzt hast du Toast, ne. Jetzt hast du Toast, zeig mal dein hübsches Gesicht. Ja, du bist eine Hübsche, ne. Du wirst meine Hübsche. Das ist eine Hübsche. Du bist eine Hübsche. Ja, du bist eine Hübsche. Ja, das ist eine Hübsche. Einmal. Es ist auch Schlafenszeit. Es ist auch Schlafenszeit.